Anbox 2 Euro Ja Hat er mir heute gespendet Ich bin voll gefreut wie so ein Keks Einen richtigen Keks gefreut Also das Video läuft jetzt flüssig durch Ja gut Ja dann lag das an diesem Stream Delay Buffer da Bei mir läuft es jetzt Dann jetzt auch drinnen rum Dingsen Läuft einwandfrei Sofort Ja super Ja dann lag das an diesem Beta-Scheiß Gut dass ich jetzt weiß Ne Dass es weg ist Ich weiß nicht ob das jetzt zwar dran lag Aber also bei mir ist jetzt auf jeden Fall Viel besser Bei mir läuft es jetzt Irgendwo mal mitten rein Dingsen Ohne dass es einfach irgendwie Puffer oder Sandsechnung Hm Ja da bei mir vorher ja gar nicht Dauerhaft gepuffert Weil das brauche ich mir nicht anschauen ne Wenn 5 Sekunden läuft dann tut es 5 Sekunden Puffer Und dann läuft es wieder 5 Sekunden Und dann tut es wieder 5 Sekunden Und dann tut es wieder 5 Sekunden Puffer Ja das Ja dann verstehe ich das auch Warum ich so wenig Zuschauer habe dann Weil das ist ja übelst nervig Das macht keinen Spaß Ja 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 Das ist total nervig Also mir wird das auch auf den Sack gehen Ich hätte auch keinen Bock drauf Ganz kurz Bis mir sonst in die Hose Ich habe mir die ganze Flasche Sodenthaler Kassissschorle gedrungen Das will wieder raus Ja dann raus damit Bis gleich Jo Bis gleich 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 Bis hier Bis gleich Bis gleich bis gleich Schiff f2 Schiff Schiff Schon da Ich sag morgen muss ich's mal abchecken mit der Nutt irgendwie Weil Wir haben jetzt seit einem Jahr so einen selbstgebastelten Router von meiner Schwester und einem Freund hier rumfahren Weil der eben gesagt hat, das ist besser Und wir kennen sich da aus Und weiß jetzt ich was Nachteil In Speedport, was wir vorher gehabt haben Konnte ich selber noch rein in die Einstellungen Und Ports öffnen und etc Ja Und an dem Ding kann ich jetzt gar nichts mehr machen Läuft Nicht wirklich Scheiße Ja, meinte ich ja damit Mir scheißegal, jetzt ruf ich den am Morgen an Dann soll er irgendwie schauen, dass er spätestens so bis Samstagmittag Dass er das gebacken geht, dass ich hier eine offene Nacht habe Ist mir wurscht Ja, ansonsten in die Fresse treten Gibt's Panschlein vom Chef Das nervt mich nämlich Was war das jetzt eigentlich, Geisel? Ich hab's total verdrängt Ich auch, scheiß drauf Nein 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 Nein, der haut einfach ab Die anderen wählen nichts aus Sollen wir auch rausgehen? Ja, doch, lass mal rausgehen Nee Ja, die wählen nichts, gar nichts Scheiß da drauf Ja, jetzt sind nur noch wir da Ja, scheiß da drauf Jetzt machen wir uns zu zweit, man Den Bio-Gefahrgut-Behälter lokalisieren Ah, gut, das ist Bio Was ist das, Alter? Worum gehen die alle raus? Ich hab keine Ahnung Ciao, und schon haben wir drei neue Äh, ich glaub, die sind über uns Na, ich fahr da grad schon Also unten sind sie definitiv nicht Ja, die sind hier Die sind hier, die sind hier, der ist verstärkt Ja, Küche, glaub ich, ne? Gut gemacht Bio-Gefahrgut-Behälter lokalisiert Zehn Sekunden bis Einsatz Hey, wake up Oh, Regenlern hat mich schon angestuft Na, Alter Kommen wir doch jetzt easy, man Hey, wake up Channel switched Oh, Alter Channel switched Sound resumed Zombie Was ist? Äh, Times-AC, bitte Ähm, warte, nein, 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 warte, warte, warte Ich bin grad am Streaming-Blog Machen wir gleich, ja? Wartet kurz Sound muted So Puh So Ich bin hier hinten schon rein Ja, ich komm Läuft schon irgendwas Ja, warte, lass mich reinfutzen Willst du echt schon? Ich würde fast erst in den anderen Raum reinfutzen, ne? Ne, ich hab zweimal Futze Strahl-Sprengsatz-Einsatz Ja, da haben wir ihn Glauben sie irgendwas, pass auf Der ist halt close Glaublich hab das aktive Wartungs-Dings Hab ich abgeballert Gut gemacht Der liegt da irgendwo Dings glaub ich Dings close Ja, der ist schuld Boah, scheiße, hebt mich auf Ich hab halt ein HP, ne? Boah, der Lacker, da ist noch einer Watt? Lol So, ich mach dir mal alles auf Du musst aber reißen, weil ich hab nix mehr Scheiße, der ist in einem anderen Raum Der ist in einem Raum geradeaus Da, genau, da hinten in diesem kleinen Deck gegenüber Da, wo es geknallt Da, genau da Jetzt ist er da Schön Easy Stupide Ebola Ich hab's nicht gefragt, soll das mal Du wolltest rausgehen Ich war doof, ich war jung Und dumm Du wolltest rausgehen, warum? War ja wohl gerade mal so endgeil Wir haben's halt einfach mal so hart penetriert Wir müssen den Bio-Gefahrgutbehälter schützen Den Raum sichern Einfach nur, weil wir's können Irgendwann ist da Wanns Verstärkung bereit Verstärkung ist angebracht Verstärkung ist angebracht Es bleiben 10 Sekunden. HVS ist platziert, Reitsatzverhaltung. 5 Sekunden noch. Die Gegner haben den Pio-Gefahrt-Verhältner nicht gefunden. Aufbau der Barrikade läuft! Sie versuchen, den Ehren des Angriffs aufzuspüren. Vorbereitet. Die Tür ist gesentert. Die kühlen sich da, glaube ich, gegenseitig. Die Gegner haben den Pio-Gefahrgut-Behälter gefunden. Held eingelassen! Ich lade nach! Fuck! Problem! Fuck, der geht rein! Er ist drin! Mach immer mal welche, wenn du welche siehst. Ich lieg auf dem Boden, du musst dir mal aufhelfen. Scheiße, ich komm da jetzt auch nicht runter. Ich lade nach. Ähm, ich lade nach. Ich lade nach. Ein Gegner verbleiben. Sie hat eliminiert. Mission erfolgreich. Er spritzt da einfach alle weg. Goal! Good job, dude! Sie hätten nur rein, wenn sie mich wegmachen müssen. und dann noch abwarten bis ihr reinlauft ja oh blu 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 Well going s 对 und Den Bio-Gefahrgutbehälter lokalisieren. 10 Sekunden bis zum Einsatz. 5 Sekunden bis zum Einsatz. Bio-Gefahrgutbehälter lokalisiert. Weiter zu seiner Position. 2 Sekunden bis zum Einsatz. 2 Sekunden bis zum Einsatz. 2 Sekunden bis zum Einsatz. 3 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 Sekunden bis zum Einsatz. den raum sichern wir müssen den bio gefahrgut behälter schützen aber erstmal hier alles die drohne der gegner fünf sekunden Die Gegner haben den Bio-Gefahrgut-Behälter lokalisiert. Die Tür ist gesichert. Bei mir höre ich was. Ich weiß nicht, ich finde die Tür auch nicht so. Aber da ist meiner Lieber die Präden todos zum Beispiel. Ich habe den Sprach gehakt. Ich habe den Sprach mit dem Sprach. Ich habe den Sprach, dass ich in Sprach confrontation bin. Ich habe den Sprach, dass ich in Sprach flach. Ich hab den Sprach gefeiert. Ich habe den Sprach, wo ich die Sprach rein. Ich bin imitiert und nicht aufgedrückt. Nachladevorgang! C4 positioniert! Barrikade fertig! Sie haben ihre Versuche den Behälter zu sichern eingestellt. Sicherung des Bio-Gefahrgutbehälters unterbrochen. Die Feinde aushalten. Der Blitzy ist so OP, wenn der gut ist. Ich kann ihn fast nicht töten. Ballistischer Schild aufgebaut. Nice. Ist natürlich schön in die Beine schießen, wenn er die Treppe runterläuft. Das ist halt GG, wenn der andere hoch kann und runterläuft. Wenn er nicht seine Füße deckt, Alter. So, ich muss jetzt eben ganz kurz raus. Ich mach mal hier Stream auf Pause. Bin dann gleich wieder da. Warte mal, ich muss erst mit dem Menü zurück. Dann geh ich noch mal kurz in den WoW rein. Brauchst du 10 Minuten? Ja, kann sein. Dann geh ich noch mal in den WoW rein. Dann geh ich noch mal ran. Das ist schon mal in die Beine schießen. So, wenn ihr angeht, gleich noch mal, dann geht es weiter. Dann geh ich noch mal. Dann geh wir mal in der Stelle. Dann geh ich noch mal raus! Dann geh mal, mal in der Beine schlafen. Dann geh mal aus. Dann geh mal an in die Verbrechen. Dann geh mal weiter nach, aber dann geh mal an ein paar Karte. Dann geh mal zu meinem Gehör. Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ... ... ... ......